Also, herzlich willkommen. Wir gucken heute mal ein bisschen rum. Gucken mal. Du musst gucken. Das, das... Also, pass auf. Folgendes. Wir haben so Maulsperren heute. Der heutige Tag steht unter dem Motto Maulsperre. Natürlich, meine Angesapperte kriegt irgendeinen Mund gesteckt und muss irgendeinen Kandidaten finden, der versteht, was der mit der Maulsperre sagt. Du bist der... Max. Bitte? Max. Wer bin ich? Weiß ich nicht. So, das läuft jetzt bis heute Abend. Sag ich euch, wie es ist. Ist mir scheißegal. Ich bleib jetzt hier einfach sitzen. Steh auf. Komm. Einmal einen Prominenten umarmen. Einmal einen Prominenten umarmen. Ich sehe gerade gerade. Ja, das ist absolut richtig. Ihr seht ja auch geil aus, ihr zwei. Seid ihr zusammen? Nein, das ist mein Bruder. Achso, okay. Aber ich hab gedacht, diese Ähnlichkeit ist da. Ich bin dick nervös. Warum? Ich bin größter Fan. Komm, holen die ab. Holen die ab. Holen die ab. Oh, yo. Yo, Mann, Junge. Geiler Typ. Natürlich. Komm doch hier durch. Komm doch hier durch. Hey, komm doch hier durch. Komm. Komm doch hier einfach so. Lauf doch hier einfach durch jetzt mal. Geh doch da durch. Lass mich mal hier ganz kurz. Wer bleibt. Und die haben auch mehr in Handzug gemacht. Ich wollte Ihnen sagen, es redet extrem raus. Und deswegen kommt gerne an. Macht's euch gemütlich. Geile Stimmung. Geiles Publikum. Servus. Hi. Ich wollte ganz kurz sagen, dass du der geilste Typ bist. Dass du eine geile Stimmung machst. Und dass das die geilste Bühne ist hier in der Halle. Ganz ehrlich. Hallo, Max. Hallo. Grüße dich. Ja, ja, selber. Hallo. Ich bin die Frau Massasch. Ja, klar. Natürlich. You look like beautiful too. You. You look like beautiful too. Ja. Have a nice day. Thank you. Haltet durch. Bis später. You too. You too. Thank you. Oh, I looks like a pig. You love what? The haircat. Yeah. She loves my haircat. Sie hat gesagt, sie liebt mich. Warte, ich muss kurz fragen, wie es mit der Gesundheit steht. Junge. Was hast du gemacht? Wenderes. Du warst ja live vor Ort. Ich hab ja da gesehen, deine Skills noch als Sanitäter und so. Ich hab Sanitätausbildung, tatsächlich. Ja, ja. Leck mich am Arsch. Aber ich bin glücklich. Ja, ich weiß, ich glaub's dir. Aber rechtes Ding? Ja, also rechter Fuß. Die haben noch gesagt, sind eine Mose oder so, kann die auch was sagen. Aber das hast du zum Glück nicht. Muss aber nicht operiert werden. Muss auch nicht operiert werden. Ah, geil. Einfach Außenband, gerissen. Ist ja jetzt so fast ein Monat her, 20 Tage oder sowas. Und jetzt ist schon deutlich besser. Wie lange rücken? Ich kann jetzt wieder so vier bis sechs Wochen haben, wie gesagt. Max? Ja. Leckst du Arschloch? Was hat er gesagt? Ob ich Arschloch lecke? Gino Campino, du bist der Best. Nein, du bist der Best. Nein, weil du hast Talent und ich nicht. Natürlich hast du Talent. Ich bin Talent-frei. Nein, ich hab gar nichts. Natürlich hast du. Ach, hör auf. Entertainment-Maschine, Jet. Nein, du. Du hast Talent. Und wer ihn nicht kennt, wer ihn nicht kennt, Achtung. Soll ich machen, oder? Ja, klar. Alles klar. Ich grüße, ist es live gerade? Ja. Ist es super live? Es ist live. Oh, wie geht's euch? Alles super oder nicht? 20.000 Zuschauer. Circa. Ja, 25. Manchmal, weißt du. Ja, manchmal so. Bisschen wie Welle, weißt du. Runde hoch, runde hoch. Geil. Bist du aufgeregt? Dich zu treffen, ja. Ja. Weil ich bin mit dir aufgewachsen. Für Leon, ja. Und ja, ist irgendwie lustig. Ist geil, gell? Ja, irgendwie schön. Aber es ist auch schön, dich zu sehen. Weißt du warum? Weil du sagst, dass du mich cool findest. Und es ist immer schön, Menschen zu treffen. Das Ding ist, ich bin mit dir aufgewachsen. Geil. So. Geil. Steh mal auf, steh mal auf. Komm her. Holen die ab. Na ja, warte, länger, länger, länger. Komm her. Ja, so. Warte, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Komm, bleib noch. Komm her. Bleib noch. Gut, reicht. Gut. Perfekt. Und weh, du schmeißt die weg, ne? Ich guck in jeden Papierkorb. Ich guck in jeden Papierkorb rein. Ja, nö, yes, no. Also alles, was verwandt ist mit Ja und alles, was verwandt ist mit Nein. Wenn die Zeit startet, so wie jetzt hier der Counter, dann gelten diese Regeln. Manchmal haspel ich ein bisschen und bin zu schnell mit dem Erklären. Du bist der? Benjamin. Ja. Ach, scheiße. Hast du verteilt jetzt hier? Wo ist er denn? Wo ist der Stift? Ach, du bist doch dran. Sehr gut. Der macht für mich Autogramme. Schreib mal selber, bitte. Mein Name? Ja, ja, klar. Klar. Schreib hin. Für und dann für und dann deinen Namen. Aber nicht über mein Gesicht so für. Und jetzt deinen Namen. Wie auch immer. Das ist Arbeitsteilung, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und jetzt Gruß. Gruß. Okay. K. K. R. Gruß. K. R. U. S. Gruß. Sehr gut. Und jetzt schreibe ich noch Max hin, okay? Klar. Halt fest. Super. Wunderbar. Warte ganz kurz. Wir spielen kurzes Spiel. Ist auch Max. Mache richtig hoch, das Ding. Wie findest du? Ich hab drei Tage nicht geduscht. Den Tränen nah. Sag ich dir, wie es ist. So, pass auf. Nimmst du? Das ist frisch desinfiziert. Das ist nicht frisch, du Arsch. Das ist nicht frisch. Das ist nicht frisch. Ey, willst du mich verarschen? Das ist frisch desinfiziert. Rein nehmen. Nee, nee, nee. Ganz rein. So zusammen. So. So. Das ist eine Maulsperre. Und jetzt ganz rein. Nein. Wie? Ich führ's rein. So. Links und rechts. Das ist ein Textzeug, du Schwein. Nein. Nein. Das ist eine Maulsperre. Soll ich dir zeigen, wie es geht? Na, danach nimmst du's in den Mund. Aber danach nimmst du's in den Mund. Ja, ist okay. Ei, ei, ei. Warte. Warte, 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 warte. Sag nicht. Sag nicht. Sag nicht. Sag nicht. Es sieht auch ein bisschen komisch aus. Pass auf, pass auf, pass auf. Hier, warte. Jetzt trink hier das. Jetzt trink das. Jetzt trink. Nee, nee, nee. Den musst du jetzt schon machen. Dass du da einen Schluck trinkst einfach. Das machst du bitte, Leute. So. Und jetzt. Und jetzt sag. Und jetzt sag. Und jetzt sag. Bums Banane. Oh mein Gott. Hast du's? Ja, darf ich den behalten? Ja. Oh mein Gott. Seht ihr das? Esst es. Brauch ich den Essen? Ja, es ist es. Boah, das ist voll eklig eigentlich. Und das ist der Fetisch von... Das ist dein Fetisch. Ey, das ist übelst lang. Sieht man das? Das ist, glaube ich, sehr, sehr lang. Also, warte. Sieht man das so? Unangenehm. Es ist ein ganz unangenehmer Content-Chat. Ich möchte mich davon distanzieren. Oh Gott, ich hab noch nie in meinem Leben ein Nasenhaal gegessen. Und ganz ehrlich. Mach rein. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber ich mach's das einfach. Es schmeckt nicht schön. Für den Chat, für euch. Wahrscheinlich mögt ihr mich eh alle nicht. Und so ruhig fertig. Doch, die lieben dich. Und für die, die nicht gläubig sind. Gott beschützt euch trotzdem. Ich ess das jetzt. Für den Chat. Und für die 20 Euro. Okay, Achtung. Achtung. Warte, warte. Komm, komm. Halt, 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 halt. Wartet ganz kurz. Warte, 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 warte. Du auch jetzt hier so von mir? Okay, geht. Okay, geht. Das war nix. Du bist die? Äh, der. Sorry. Schön. Das gefällt, welche Halle gefällt dir hier an den Resten? Also ich fand, bis jetzt, also hier finde ich es jetzt schön. Was macht das mit dir, wenn ihr so eine Maulstärke in der Hund hast? Also, als es hier macht, ist das eine, die ich frage nicht persönlich gerade, was sagt das mit den Leuten? So, wie lange wartet ihr schon? Boah, schon zwei Stunden ungefähr. Zwei Stunden warten wir schon. Zwei, zweieinhalb. Zweieinhalb Stunden ungefähr. Okay, wir gehen kurz durch. Morgen sehen wir uns zwischen zwölf und dreizehn Uhr. Danke fürs Zusehen. Ciao. Tschüss.